Also, für Sie, Herr Kommissar des Visionen. Also, hier. Ihr könnt ein Kilogramm Kartoffeln. Für wie viele Personen? Das ist ja nicht. Für sechs Personen normal, oder für eine Person normal, eine große Person. Also, ein Kilogramm Kartoffeln, ein Liter Milch, drei Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Ich répète, Herr Müller. Ich wiederhole. Ein Kilogramm Kartoffeln, ein Liter Milch, drei Eier, 90 Gramm Butter, Salz und und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Signore Ganti, Monsieur le Commissaire, wenn Sie verstände, Herr Müller, ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Vielen Dank.